Musik 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 Schiffe, sieht nicht gut aus, heute ist Einkaufstour Ich mach heute nur blau für die Einkaufstour Niemand kann dir was sagen, ich bleibe einfach stu Ein Jahr hab ich gewartet auf die Einkaufstour Oh, guck mal, wo wir hier sind, ne? Ne, scheiß einkaufen oder was? Natürlich, jetzt mal solch trainieren wir an! Oh, Alter, das sind übelste Autos, was ist denn hier los? Ihr könnt euch verpissen, wie ihr da stehen. Ach du Kacke, sind das viele Menschen schon. Guten Tag, Alter. Hallo, hallo. Ja. Bei uns kennen wir ja schon, ne? Und keine Ahnung, wer noch alles da ist, keine Ahnung. Oh, yeah. Oh, das stinkt schon, ne? Pyroland, hier kannst du Luntes snubbern, Alter. Herrlich. Sag mal, hört heute irgendwann mal auf? Ne, oder? Ne. Na, geht auch, Alter. Boah, was ist das hier, Alter? Ja, kann ja mal passieren, dass er durchzündet, ne? Na, meinst du es voll? Nö, ist gar nicht voll. Nö, ne? Ich guck mal. Geht eigentlich. So Leute, wir vom Lidl und ab geht's. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Weil ich schon mal fliehe. Alter, Tatsache. Wirklich auf die Sekunde, ne? Fast. Oh, oh. Jetzt aber. Facke, Alter. Schön reingekackt. Ja, klar. So, unser Einkommenskorb, die Hälfte ist schon mal geschafft. Weiter geht's. Oh, oh. Big surprise. Ah ja, hab ich schon. Die Daredevil wär noch richtig richtig, aber kannst du knicken wahrscheinlich. Hast du? Strong. Ich hab sehr großes Budget. Jo, ich merk schon, Alter. Hallo. Aha, ey. Wird, du stehst mal wieder am Weg, Digga. Ja. Ja, du kannst ja gut. Mach nix. Alter Falter. Das ist krasser als letztes Jahr, denk ich mal, ne? Auf jeden Fall. Oh, yeah. Wieder mal Kackengas geben, Alter. Und das schnell. Ja, ich sag dir das. Ich bin's bei den anderen Märkten auch nicht. Ja, scheiß drauf, Alter. Ich will nur noch die Daredevil, sonst rassig hier aus. Naja, wird schon. Es geht mit drinnen. Es geht mit drinnen. Geil, Mann. Ich komm mal auf. Es steppt hier. Ne, das ist schmerzlich. Ja, geil. Ja, stell einfach alles in Gang. Entschuldigung, Ernst. Genau. Schauen wir hier. Was ist da denn für eine? Bloody brilliant, ja. Geil, Mann. Siehst du. Ja, der hier. Da. Lecker ist es. Ich glaube ich. Ja. Hier, wisst du eine? Eine reicht nur für 5. Oh, muss ja. Laser und gar nicht. Okay. Und Laser, wie du abgehst. Legen wir in die Hand? Ja. Einmal Fieser. Nochmal Fieser. Nimm alles. Glück gehabt. Das ist die letzte. Oha. Einmal dahin. Schmausi steht schon hier, der alte Arschficker, Junge. Ab nach dem Aldi hin, Bitches. Oha. Der ist aber guppig hier, du. Ab gehen wir erstmal ganz kaputthauen. Ja, wie lange haben wir jetzt eigentlich gebraucht im Lidl? Weiß keiner, ne? Zu lange eine Stunde. Ah, zu lange. Fast eine Stunde. Na ja, weiter geht's. Oh oh. Heavy Mörtel ist leer? Heavy Mörtel ist leer, ja. Großer genug. Ach Junge. Ihr scheiß Geier. Ah nee. Mörtel. Ich liebe sie. Ne, Heavy Mörtel. Ich hab jetzt gedacht Metalheads, Alter. Ach. Rocket. 299. Mr. Arante 699. Wir sind mit dabei, denn ihr könnt uns alle nicht einsperren. Ich breche die Regeln, Alter, das ist mir der Scheiß wert. Ein Jahr drauf gewartet und dann werde ich zünden. Ich werde es verbinden, so krass und hell, dass die Leute erblinden. Delovaki, Polakobas, alles ist wieder mit dabei. Funke und die Zink-Anketen, damit drehen wir richtig frei. Wir brauchen das Zeug, wie zum Überleben Sauerstoff. Selbst die ganzen Kleinigkeiten brauch ich noch. Der Hemme muss leuchten und die Erde muss beben. Und wenn's nicht reich, muss mir mein Healer noch krassere Sachen geben. Geld ist scheißegal, ich will hier auf gar nichts verzichten. Ich will auch gar nichts übrig lassen. Ich will alles vernichten. Alter Bam. Die Raketen steigen hoch. Schells fliegen bis zum Mond. Ein riesen Gewittermann von hier bis jetzt so hoch. Wenn der ganze Booten beert... Hier, der Mann, der Spanne. Die Kaputten. Und, äh, ja. Stifferino, Alter. Uuuuh. Hier rakiert das. Ja, alles full. Bam. Hipsch. Mein Gesicht ist beschissen. Ein Gesicht? Ja. Erstmal was Phrasen vom Netto. Manner ist drin. Ich brauch da nicht. Das ist nur Jauche. Das Licht mach mich fertig hier. Aber sonst geht's gleich weiter zum Norma, glaub ich. Viel Spaß. Yeah, Baby. Was hat er? Feines Wurz. Das sieht schon echt geil aus, ne? So von links her schon alleine. Ja, von zwacken die da klar, ne? Da ist der Preisweg stabil geblieben einigermaßen. Vorher wirkt der Sinne. Ich glaube ich Spinne. Ja, bisschen teuer geworden, ne? Und Killer Bees. Oh, wow. Kann man doch machen. Mh, das ist recht. Oh, ja. Schmeckt gut mir. So, norma. Jetzt brauchen wir auch keinen Curb. Ich brauch eigentlich nur Crackling Balls. Und wir sind still. Kicken. Yippie. So, Norma war jetzt nicht doll. Birds of Fire. 5 Euro. Ich dachte, Alter, ich gucke nicht richtig. Aber, naja. Hab jetzt nicht auf den Preis geguckt. Hab mich danach schon gewonnen. Sweet 6D. Magic Bitch. Und hier. 5 Euro. So ein Knall Sortiment. Naja. So, weiter geht's. Ab nach dem Penny hin. Uuuuh. Kickdown Bitch. Ähm. Ja, Rewe kann man knicken auf jeden Fall. Wir wollten, äh, höchst, also, das Wichtigste waren Crackling Balls. Haben wir nicht gekriegt im Norma. Und, äh, Schwester Pyra haben wir natürlich auch nicht gekriegt. Beim Norma. Alles weggepimmelt, Junge. Heiße Ware. Muss alles einmal anfassen. Kein Benehmen. Ich kann mich nicht anpassen. Camcorder raus. Feuerwerk im Visier. So, drinnen durften wir den nicht filmen. Dann gibt's nen kleinen Nachtrag. Er hat zweimal Barbarian. Hier, er hier. Keine Ahnung. Und er da. Achso, so. Dreamlights auch noch. Fontänchen. Euch. Rummers. Rummerarmada auch geil. Hab ich auch zweimal mitgenommen. Zweimal Boom Bash. Auch zweimal die Möse hier. Die komische. Das ist ne Jauche. Das sind also... 3 Euro hab ich einfach mal mitgenommen, damit wir uns einen ablachen können im Video. Ähm, ja, die Träne hier fliegen jetzt ein paar Häuser dazwischen, glaube ich. Für die Feuerteile kannst du die nehmen. Ja. Hier, 5 Euro, keine Ahnung. Wollte auch mal irgendwas testen, was wir noch nicht kennen. Ich stehe euch doch ganz in die Tür. Ja, machen wir. Kein Problem. So. Machen wir. So. Haben wir erledigt. Danke für den Hinweis. So. Und das war es eigentlich auch schon, ne? Wir sollen uns in die Tür stellen. So. Na, na. Ab geht er. Ja. Hier, bei der kriegst du nur ein paar Brotnet-up ganz dicht. Moin, moin. Achso, hier auch nicht mehr, oder was? Guten Morgen. Wie mag ihr denn? Heuler. Heuler. Ich werd bei euch. Ja. Danke, ihr habt nur Heuler. Ja. Ich liebe euch. Ich brauch, ich brauch jetzt ein LKW. Nein, aber. Wie viel machst du? Na alle. Ja. Warte mal. Ohne Witz, ich hab 8 Euro gezahlt. Scheiße. Ne. Ne, wir auch noch mal. Achso. Gott, wir packen dich hier. Machst du einmal bitte den Zettel ab? Ja, klar. Und den wieder da ran backen. Natürlich. Sorry. Ist okay mit YouTube, ja? Alles gut. Cool. Weißt du doch, wir sind immer für Spaß. Lass rein, Junge. So, wo habt ihr den Rest? Ach, da hinten. Gucken wir mal. Jawoll. Flatterlies. Aha. Kannst du jetzt hier weiter? Ja. Ja, das ist wirklich geil mit den Preisen hier, ne? Oh, na gut das nicht, aber sonst. Ja, ich hab das nicht. Für Zähne. Okay. Und so eine Uhr. Nice, nice. Was schle... Soll ich das nämlich schleppen, sag mal? Das geht noch. Alles gut. Ein Service hier, sag mal. Der Schlamm springt später. Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Oh, ein Säckchen. Oh. Ach man ey. Schade, dass ihr abzellert. Moin, moin ihr Süßen. So, da wären wir zur Gesamtübersicht. Sieht schon besser aus mit 60 FPS. Ja, war einigermaßen erfolgreich. Haben nicht alles gekriegt, aber fast. Oh ja, und ein Glück, wir waren noch im Quannys Container. Ich zeig euch die auch gleich mal. Schön. Also hier haben wir... Einmal die Heißbinder. Haben wir Highspeed bei uns? Vielleicht wird das ja getestet gegen die H4 Glöcker. Wer weiß das schon? Hier haben sie doch nochmal hochgeschraubt auf 17 Euro statt 15,16. Keine Ahnung. Aber scheiß drauf. So, hier geht's weiter. Oh, ist nicht allzu dunkel hier. Na ja. What? Star Hunter aus dem Aldi. Stormy Flash. Eine davon ist normales. Barbarian Penny Ding Dong. So. hier zehnmal holderbatterien haben wir uns erstmal schön versorgt mit der jauche paar knallersortimente er passt auch auf dass hier alles toddy ist alter hoff ich hab zu schmieren so kleiner nachtrag zweimal file fantasy auch noch und einmal phantoms and ghosts gut sonst war es das schon mit der einkaufstour danke fürs zugucken ich hoffe ihr habt eine geile vfrau die zeit aber kostet nix und bis gestern ihr süßen haut mal in die kommentare ob ihr erfolgreich wart